Hallo zusammen, ich bin Sina und das ist Noelle und wir stellen euch heute unseren Beruf. Wir sind beide Bekleidungsgestalterinnen im ersten Lehrjahr und wir nehmen euch ein bisschen mit. Viele denken, dass unser Beruf noch neuer ist, aber wir können viel mehr. Zu unserem Beruf gehört auch der Kontakt mit Kunden und das Telefon abnehmen. Ich bin in Sina und so, dann habe ich mich. Also, was mir am besten am Beruf gefällt, ist, dass ich ein Produkt von A bis Z machen kann und damit habe ich mir Freude gemacht. So, jetzt haben wir ein mögliches Beruf. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wer weiss, bewerben wir euch auch mal für den Beruf.